Meine Damen und Herren, es sinkt für Sie das Niveoooooo! Es ist Sommerzeit, alle fliegen ins Meer, doch der Weg zum Gate, der gestaltet sich schwer. Warteschlangen, 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 und du schwitzt. Doch ich weiß, was du brauchst, also mach mal deine Öhrchen spitz! Hehehe, Spitz! Trotter, trotter, trash, trotter, trotter, trash, trotter, trotter, trash, trotter, trotter, trash! Trash! Trash and Boobies! Trash and Boobies! Trash and Boobies und ein Bier! Lekker! Trotter, 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 trash, trotter, trotter, trash, trotter, trash! Hallo, hey ihr Urlauber da draußen, willkommen zurück beim Trash-Taurer eurem Lieblingspodcast der Trash, Bee-Movies und Horror! Oder hier auf Spotify, Apple Podcast, Google, Deezer, wo auch immer ihr mich gerade hört, herzlich willkommen zurück. Heute wieder in eine Solo-Runde, nachdem ich ja das letzte Mal überraschenderweise Fertigenfrost zusammen mit dem guten Sergej besprochen habe, geht's heute wieder in die Ein-Mann-Show. Und heute habe ich den zweiten Wunschfilm im August am Start und der könnte auch für etwas Abkühlung sorgen, denn wir fahren an einen idyllischen, abgelegenen, wunderbar kühlen Bergsee, irgendwo im Nirgendwo und danke an Holzi, der sich diesen Film wieder gewünscht hat, neben Bohr schon der zweite Film, aber ich hatte auf Zombieber, um den es heute gehen wird, auch richtig Bock, weil den habe ich schon vor langer, langer Zeit mal gesehen, aber habe mir gedacht, hey, ist mal wieder Grund genug, den wieder auszugraben und neu zu sichten und diesmal drüber zu quatschen, weil wie, weil ich gesehen habe, es gibt, soweit ich weiß, noch keinen wirklichen Podcast, der sich nur den netten Nagern aus der Nachbarschaft widmet und das wollen wir natürlich nachholen. Eine weitere Premiere hier beim Trash-Taucher. Und zwar heute mit Zombieber. Die Handlung Eine Gruppe junger Leute will ein Wochenende am See verbringen. Ohne Händeempfang und meilenweit vom nächsten Ort entfernt sind sie dort abgeschnitten von der Außenwelt. Dumm nur, dass zwei grenzdebile LKW-Fahrer einen Unfall verursachen und dadurch toxischer Abfall in den See gelangt. Es kommt, wie es kommen muss. Die ansässigen Biber mutieren zu Zombiebern, die es auf Menschen abgesehen haben. Die Freunde kämpfen ums Überleben. Doch als sich einer von ihnen selbst in einen menschlichen Zombieber verwandelt, scheint es kein Zurück mehr zu geben. Die Entstehung Und wir haben jetzt endlich mal wieder was Neueres. Wir sind ja das letzte Mal in den 60ern rumgetrunken. Diesmal sind wir im Jahr 2014. 2014 ist Zombieber bzw. Zombievers an den Start gegangen. Hat damals sogar einen Kinostart zumindest in den USA und Kanada bekommen. Was sehr ungewöhnlich ist, weil wir haben es hier mit einem Micro-Budget-Movie zu tun. Das heißt, das Budget lag irgendwo unter 2 Millionen US-Dollar. Trotzdem hat das Team hier einiges rausgeholt aus dem wenigen Geld, was sie zur Verfügung hatten. Haben es in 75 Minuten Laufzeit gepresst. Und wer ist dafür verantwortlich? Jordan Rubin, der Name des Regisseurs, der eigentlich Comedian und Autor ist. Vor allem auch für Fernsehsendungen oder Preisverleihungen. So hat er zum Beispiel für mehrere Ausgaben der MTV Movie Awards die Skripte geschrieben. Oder sogar für die Oscar-Verleihung 2011. Aber er hat auch andere Filme gemacht. Nämlich zum Beispiel über eine, ja, wild gewordene Drohne namens The Drone. Dann Critters, A New Binge, eine Serie von 2017 von Critters. Von der ich bis vor einigen Tagen gar nicht wusste, dass es dazu eine Neuauflage in Form von einer Serie gibt. Falls ihr es auch nicht wusstet, herzlich willkommen. Und die Crank Jankers, die kennen wir aber. Durchgeknallte Puppen, also quasi Muppets auf Ecstasy. Und die sind doch sehr, sehr crazy gewesen. Und da habe ich gedacht, okay, John Rubin und sein Humor, den er in Crank Jankers hatte. Oh, das könnte eine interessante Mischung werden für Zombie. Da war ich sehr gespannt. Aber am Drehbuch hat er nicht alleine gearbeitet, sondern noch zusammen mit den Gebrüdern Al und John Kaplan. Die auch Autoren und vor allem aber Komponisten von Musikstücken sind. Die oft auch mit Rubin zusammengearbeitet haben. Und auch für verschiedene kleinere TV-Specials verantwortlich waren. Ein besonderes Augenmerk liegt natürlich auf dem Production Design und den Special Effects. Deswegen will ich hier einige Namen nennen. So haben wir für das Production Design, für den Look des Films verantwortlich, Freddy Worf. Und Freddy Worf hat unter anderem auch das Production Design für Bone Tomahawk. Einer meiner Lieblings-Horror-Western. Es gibt ja nicht so viele, aber der ist schon ziemlich cool. Oder auch die Fortsetzung für Strangers Opfernacht oder Unhinged. Ich glaube, das war ja der Film schlechthin während dem Lockdown, weil es keine neuen Filme gab. Hat irgendwie jeder Unhinged geguckt mit Russell Crowe. Ich habe ihn, glaube ich, immer noch nicht geguckt. Er spielt ja, glaube ich, irgendeinen Wahnsinn. Also, was heißt Wahnsinn, irgendeinen Menschen in Therapie, der auf dem Nachhauseweg ist und wird dann auf der Autofahrt von irgendeiner Mutter gerammt oder was und rastet dann aus und nimmt die gefangen? Irgendwie sowas? Kann sein. Vielleicht erinnert ihr euch ja besser dran als ich. Dann das Special Make-Up-Stamp von Greg Solomon, der zum Beispiel auch schon bei 7 mitgearbeitet hat. Aber auch Iron Legend, ja gut, das ist das Special Make-Up, jetzt wahrscheinlich unter den ganzen Schrott-CGI verloren gegangen. Aber es war da. Oder wer sowieso schon so auf solche Zombie-Komödien oder was steht, Scouts vs. Zombies, war Greg Solomon auch mit zu Werke. Die Special Effects teilen sich zwei Herren. Einmal John C. Carlucci, der schon mit Wes Craven an Freddy New Nightmare gearbeitet hat. Aber auch zum Beispiel an Volcano mit Tommy Lee Jones, wer erinnert sich nicht an den schmelzenden Feuerwehrmann auf der Straße. Und Tremors 4, also das war ja quasi das Prequel im Wilden Westen, da hat er für die Special Effects gesorgt. Zusammen mit Brian Seitz, der auch schon mit einem Horror- oder, ja, Genre-Filmemacher der guten alten Riege zusammengearbeitet hat. Nämlich mit Carpenter in Flucht aus L.A., aber auch zum Beispiel in Born to Die Swamp Thing. Also die Serie, die relativ neue, leider schon abgesetzte DC-Serie Swamp Thing, war ich sehr begeistert von übrigens. Westworld, was ja auch eine große Fanbase hat, steht noch auf meiner Watchlist. Und Sweet Tooth, der glaube ich 2020, 2021 auf Netflix an den Start ging. Ganz, ganz wichtig für Zombieber ist natürlich, wer hat die Bieber designt. Und das habe ich rausgefunden, nämlich Don Langing war hierfür verantwortlich. Und der ist vor allem im Sculpting, also im Formen oder im Entwerfen von irgendwelchen Figuren oder Miniaturen oder entsprechend einfach dem Design von Körpern sehr versiert. Der hat nämlich zum Beispiel schon in Hollow Man mitgearbeitet, in den Underworld-Filmen Hellboy mit El Toro, Fantastic Four. Ja gut, weiß ich jetzt nicht, ist immer schwer zu sagen, was da alles gesculpt wurde, aber jedes CGI-Modell hat ja wahrscheinlich auch irgendwo so ein Sculpture-Modell. Also kann man eben da gar nicht mal ankreiden, wer der Film so scheiße geworden ist. Aber Silent Hill war auch mit dabei, wo ich mich sehr gefreut habe. Und ja, der neuere Jumanji. Also da hat Don Langing schon ein relativ breites Portfolio an seinem Schaffen. Und zwischendrin hat er einfach mal Zombieber designt. Auch geil. So, last but not least, die Besetzung natürlich. Hier haben wir einige Namen, die ihr vielleicht kennen könntet. Ich kannte ein, zwei davon auf jeden Fall. Und vorneweg haben wir Lexi Atkins als Jen, die hier als verlassene Freundin entsprechend mit an den See geschleift wird. Es war ihre erste Rolle hier in Zombieber 2014. Und ansonsten war sie noch zu sehen in The Boy Next Door. Als eine ihrer Freundinnen spielt Rachel Melvin als Mary mit. Ich weiß nicht, woher diese ganze Zeit der Sehnsucht-Stars in meinen Podcasts überkommen. Ich habe irgendwie gefühlt fünf Leute schon gehabt, die über Zeit der Sehnsucht groß geworden sind. Und ebenso auch Rachel Melvin, die hat irgendwie 400 Episoden als Chelsea Brady in Zeit der Sehnsucht mitgespielt. Kennt irgendjemand von euch diese Serie? Ich kenne den Titel und ich kenne so ein paar Ausschnitte. Aber war das so ein Ding? Ich weiß ja nicht. Also, reich und schön und so ein Kram habe ich früher ja mal zwangsweise mitgeguckt. Wir hatten nur einen Fernseher und dann hast du halt mitgeguckt, was die Mutter beim Bügeln geguckt hat. Aber Zeit der Sehnsucht? Ich weiß nicht. Also, irgendwie entwickelt sich das hier langsam zu so einem kleinen Running Gag. Das verfolgt mich. Ich fühle mich verfolgt. Aber okay, mal gucken, wann das nächste Mal Zeit der Sehnsucht hier aufsteht. Auf jeden Fall war sie da dabei. Aber sie war auch dabei in Dumm und Dumm mehr der Fortsetzung um das Ügdo, Jim Carrey und Jeff Daniels. Da hat sie die Tochter Penny gespielt. Auch in der Serie Sleepy Hollow war sie dabei als Alex Norwood. Und The Rake, einem vergessenswerten Horrorfilm, den ich mal für die Deadline reviewen musste vor langer, langer Zeit. Habt ihr nix verpasst. Dann haben wir auch mit dabei Courtney Palm als Zoe, eine weitere Freundin von Jen, die sehr markant in dem Film vorkommt, weil sie blank zieht. Aber das hat sie auch schon in anderen Filmen getan. So zum Beispiel in Sushi Girl. Da hat sie die Hauptrolle gespielt, das Sushi Girl, wer sich erinnert. Oder zum Beispiel Dead End. Den will ich irgendwann auch nochmal besprechen. Heavy Metal meets Mikula. Richtig, richtig abgefuckt. Die Idee ist auch relativ neu. Ich glaube, der ist von 2012 oder sowas. Also von daher Dead End. Vielleicht habt ihr sie da auch schon mal gesehen. Und dann noch mit dabei hat Staino als Sam. Der hatte mehrere kleine Film- und TV-Rollen. Ansonsten relativ unbekannt. Jake Wurry als Tommy. Der hat in der Serie jung und leidenschaftlich mitgespielt. Wieder so eine Soap. Oh mein Gott. Ja, okay. Ist aber keine Zeit der Sehnsucht, immerhin. Aber wer mit dem Fred-Universe. Also das scheint irgend so eine Nickelodeon-Serie oder was zu sein. Fred. Und da gab es dann auch irgendwie einen Fred der Film. Und da spielt er irgendwie seinen Kumpel oder was auch immer. Kevin. Auf jeden Fall wurde er da mehrfach genannt. Aber er hat auch zum Beispiel in Horrorfilmen einige Erfahrungen gesammelt. Zum Beispiel Altitude, tödliche Höhe. It Follows. Über Herpes, der dich da lebtag lang verfolgt und tötet. Und in S Kapitel 2 war er auch mit dabei. Dann noch zwei Rollen, dann sind wir durch. Peter Gilroy als Buck. Als nerviger Boyfriend von Zoe. Der vor allem in vielen Kiffer-Komödie mitgespielt hat. Und jetzt auch irgendwie eigene Kiffer-Komödie macht. Also er sieht auch so aus, als würde er nur von Kiffer-Komödie leben. Also, aber irgendwie muss sie ja dann Geld verdienen für den nächsten Joint, ne? Weißt du Bescheid? Also Peter Gilroy, vielleicht kennt ihr ihn ja. Ich kannte ihn nicht. Und zum Beispiel der Letzt, ein Mann, den ich sehr gut kannte. Zumindest habe ich gedacht, der Schnorres. Weggedacht. Scheiße, das ist er. Rex Lynn. Der spielt hier den Jäger Smith. Der hat in den 90ern vor allem auch viele Western-Rollen gespielt. Hat immer irgendwelche Marshals gespielt. Sheriffs. Hat auch mal bei Walker, Texas Ranger oder so mitgespielt. Aber zum Beispiel auch in Die Piratenbraut. Der Zodiac Killer, Django Unchained. In der Lethal Weapon-Serie war er dabei. Aber ich glaube, am bekanntesten dürfte er aktuell sein durch einerseits Better Call Saul als Kevin. Falls ihr euch erinnert, der Chef von diesem Investitionsunternehmen, das von Saul und Kim verarscht wird. Der da ziemlich pisst ist. Und zuletzt auch in Young Sheldon als Schuldirektor oder sowas. Habe ich nie geguckt. Habe kein Interesse an diesem Pseudo-Nerd-Scheiß, der einfach nicht lustig ist. Aber was lustig sein könnte, ist von Biber. Es ist eine, wie sie selbst von sich behauptet, Horror-Komödie. Und ob sie diesem Ruf gerecht wird und ob ich gelacht habe oder geweint habe, das erfahrt ihr jetzt in meinem Eindruck. Mein Eindruck. Und oh mein Gott, ich muss nur so weinen. Nein, muss ich nicht, zum Glück. Es ist tatsächlich ein sehr durchmischtes Ergebnis. Aber im Ganzen muss ich doch oft, muss ich lachen. Also ich habe jetzt nicht unter dem Tisch gelegen oder bin rückwärts vom Sofa gefallen. Oder Milch, die ich nicht trinke, kam mir aus der Nase gesprudelt. Nein. Aber wir haben es hier mit einer Spoof-Komödie zu tun. Und ich habe schon lange keine neuere Spoof-Komödie mehr gesehen. Also Spoof, wer sich da nichts drauf reimen kann. Das sind einfach Filmparodien. Also die verschiedenste Filmklischees oder andere Filme aufs Korn nehmen, bei sich verhackstücken und daraus dann eine Komödie ziehen. Ich glaube, der bekannteste Ableger neben den Sass-Filmen von Abraham und Sucker sind ja vor allem die Scary-Movie-Filme zum Beispiel. Oder so Sachen, Schreibe, du weißt, was ich letzten Freitag 2013 getan habe und, und, und. Und jetzt haben sie es hier mit den Zombiebern versucht. Und es beginnt natürlich erstmal mit einer Katastrophe. Wir müssen ja erstmal irgendwie die Zombieber, ja, aus ihrem Bau locken. Beziehungsweise überhaupt die armen, harmlosen, lieben Biber in böse, blutrünstige, eitrige Viecher des Todes verwandeln. Ja, und dafür sind zwei Idioten verantwortlich, die hier LKW fahren am Anfang der Geschichte mit einer vollbeladenen Ladefläche, mit Fässern und mit diesem Bekannten, ihr kennt dieses schöne Biohazard-Symbol da drauf. Das heißt, oh, das könnte irgendwie radioaktiv oder toxisch oder was auch immer sein. Genau, und davon haben sie eine ganze Wagenladung dabei. Und sie quatschen halt über Sel und Jenes und über merkwürdigen Schnorre-Sex und auf Tische kacken. Ja, und auf einmal steht halt ein Reh auf der Fahrbahn und der eine fragt so, du siehst das Reh da vorne. Ja, 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 der guckt halt auf seinem Handy rum und batsch, zersplattert es auf der Scheibe. Ein Fass geht flöten und treibt den Fluss hinab direkt in den Biberdamm. Und ab dann geht die Atomar-Versorgte-Scheiße los. Aber bis wir soweit sind, müssen wir erstmal unsere Protagonistinnen kennenlernen. Denn wir verfolgen ein Mädels-Wochenende nach einem Beziehungs-Aus. Die arme Jen wurde von ihrem Macker betrogen. Sie weiß aber nicht, mit wem er sie betrogen hat, weil es nur so ein dubioses Foto von hinten gab, was irgendwie auf Facebook oder wo die Runde gemacht hat. Auf jeden Fall ist sie am Boden zerstört und ihre besten Freundinnen, Mary und Zoe, haben beschlossen, hey, wir fahren raus in die Hütte meines Cousins, irgendwo an einem See, weit entfernt von allem Zivilisierten und machen da mal richtig einen drauf. Ja, und wir bekommen auch schon hier direkt am Anfang die Charaktere als unheimlich nervig vorgestellt, wie ich finde. Gerade die Zoe. Ich denke mal, jeder von euch kennt wahrscheinlich so diese Art von Studentin, die in dieser Anti-Alles-Phase sind und fick auf jedes Regelwerk, auf was auch immer geben, auf Anstand, auf was auch immer. Was es ja auch für Partys ganz lustig sein kann, aber tagsüber ist es dann meistens eher nervig. Aber sie ist entsprechend einfach nur Fuck you für alles und ist sowieso nur drauf aus, ja, ich will an meinem Handy hängen und irgendwie rumvögeln und nackt durch die Gegend laufen und Leute provozieren und kiffen und hast nicht gesehen. Ja, und sie war scheinbar noch nie in der Natur. Zumindest was so, ja, was sie dann so von sich gibt, äh, was ist das denn, was ist das denn? Ja, okay. Gut. Äh, Charaktere sind erstmal da. Die sind nicht sonderlich sympathisch, aber das sollen sie auch nicht sein. Und da freut man sich doch tatsächlich drauf, wenn man sich erhofft, oh, die könnten gut sterben. Also die hätten es verdient zu sterben in diesem Film. Und dann kommen sie in Ashwood an, einem kleinen Dorf mit einer Population von 4.180 Menschen. Woher weiß ich das? Es steht auf dem fucking Ortsschild. Und da stellt sich mir jedes Mal die Frage, warum ist das mit diesen Schildern? Bei den Amis ist eigentlich immer noch so ein Ding. Werden die dann, wie, wie funktioniert dieses System mit diesen Populationsschildern? Ich hab ja keine Ahnung. Ich, ich, ich hab mir jetzt irgendwie gedacht, okay, das ist irgendwie wie beim Baseball oder so, du hast so ein Umklappschild, wenn einer dazukommt. Und wenn irgendwo ein Kind geboren wird, im Kreißsaal steht auch immer ein Beamter von der Stadtverwaltung mit dabei und guckt, ob es auch wirklich rausgekommen ist. Und dann rennt er nach vorne wie ein Geisteskrank in diesem Schild und blättert um, dass wir einen mehr haben. Und das macht er alle Stunde, auch wenn Leute sterben. Also so könnte ich es mir vorstellen. Aber die Dinger sind ja bedruckt. Also kannst du natürlich erzählen, dass die das Schild jedes Jahr wechseln. Was ist das für eine Verschwendung? Oder abkratzen und neu bedrucken? Also ich weiß ja nicht. Ich hab gesehen, es gibt, es ist ja oft so ein Filmklischee, dass du diese Population-Schilder hast. Aber ich hab das auch schon in echt gesehen und denk mir so, ja gut, in Dörfern, in denen du weißt, dass jetzt nicht groß die Zuzugswelle kommt, irgendwo in der Mitte von Nebraska, in irgendeinem 20-Seelen-Dorf, ja, da wirst du immer mal so eine Fluktuation plus minus 2 haben, wahrscheinlich, aber im Schnitt, vielleicht ist es auch immer der Durchschnittswert. Who knows? I don't know. Auf jeden Fall frag ich mich das jedes Mal wieder, wenn ich diese Schilder sehe. Aber wir wissen daraus natürlich, es ist ein kleines Dorf. Auch wenn 4.180 Menschen jetzt tatsächlich für meine Verhältnisse nicht zu klein ist, weil mein Heimatstädtchen ist so groß, von daher kenne ich es gar nicht anders. Ich bin eine von diesen Zahlen, in dieser großen Zahl. Aber egal, bei uns hat nie jemand das Schild bekrechselt oder ausgetauscht. Das wäre auch, glaube ich, gar nicht mal so ruhig gewesen. Aber was geht ab, Bitches? Also das ist der Standardspruch, den hier Zoe übrigens jede Stunde gefühlt irgendwie reinbringt. Irgendwie Bitches, 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 Bitches. Kreisch, kein Netz. Oh, fuck, Bitch. Und dann landen sie eben in diesem, ja, kleinen Kabuff, Schrägstrich, fairen Häuschen des Cousins, wie es halt immer so ist. Also ihr merkt hier schon sehr starke Teenie-Cabin-Slasher-Vibes, die hier entsprechend versprüht werden. Ja, und es beginnt dann in, es hat gar nicht mehr so lange gedauert. Ich glaube, nach knapp 40 Minuten kam schon der erste Biber oder nach einer halben Stunde. Also der Film geht ja nur 75 Minuten, also da musst du ja schnell rangehen. Deswegen gehen die Mädels auch als erste Abendshandlung, nachdem sie die gruselige Verbieterin kennengelernt haben, schwimmen. Und zwar aufreizend schwimmen auf einer Plattform und in der Nähe ist ein Biberdamm. Und dann kam so eine richtig dämliche Reaktion von Jen, die ja hier eigentlich das Opfer spielt. Sie ist trübsalblasend unterwegs, sie ist absolut deprimiert, hat keine Hoffnung mehr für ihre Zukunft. Sie hat abgeschrieben, meine biologische Ruhe, ich bin doch schon 21, was soll ich denn nur tun? Und dann sieht sie auf einmal da hinten in der Ferne ein merkwürdiges Konstrukt aus Holz und denkt so, hey, ist das ein Biberdamm? Ey, geil, Biber, voll süß, lass da hingehen, die will ich mir angucken. Denkst du so, ja klar. Sie ist ein Biberdamm und die erste Reaktion ist, oh, will ich anfassen, will ich streicheln. Kennst du, ne? Mache ich hier jeden Tag. Wir haben hier so einen fucking Biber bei uns im Ort, der hat vorletztes Jahr einfach mal den fucking Sportplatz geflutet. Da wollte den keiner mehr streicheln, also nicht so sanft auf jeden Fall. Aber die, ja, die Bitchgang ist dann halt auf dem Weg zum Biberdamm. Und was treffen sie dort? Ja, keine Biber. Sorry. Dafür ist alles vollgesprengelt mit irgend so einem merkwürdigen, leuchtenden grünen Zeug. Und wer am Anfang vom Film aufgepasst hat, weiß, ah, hier ist das Fass gelandet. Stimmt, ja. Ja, und die Biber haben jetzt entsprechend ein paar Upgrades bekommen. Dazu später noch mal mehr. Weil wir bekommen natürlich noch unerwarteten Besuch. Und dieser unerwartete Besuch, ja, äußert sich im Vorbeikommen der Mini-Hoten-Spackos, a.k.a. die Freunde und der Ex-Freund, also die Freunde von den beiden anderen Mädels und der Ex-Freund von Jen, die einfach mal vier Stunden in die Perie gefahren sind, um zu sagen, yeah, wir kommen jetzt vorbei, wir wollen eure Vagina-Party sprengen. Äh, und dann fängt's nämlich eigentlich an, und weil ich schon Vagina-Party sage, der Film ist natürlich erwartbar. Der heißt Beaver, also Beaver, some Beaver. Und Beaver, also das funktioniert auch im Deutschen, glaube ich, ganz gut, ist natürlich eine doppeldeutige Äußerung. Und wer sich damit noch nie beschäftigt hat, dann erstmal Schande über dich. Schande über deine Kuh. Aber jetzt kommt die Aufklärungsarbeit von Professor Doktor Trash.taucher. Denn wir haben es hier mit dem Beaver zu tun, der einerseits ein holznagendes Nagetier aus der Wildnis ist, angesiedelt ebenfalls hier in Europa wie in Nordamerika, aber auch ein Synonym für den Genitalbereich der Damenwelt, vor allem wenn er üppig und vollbuschig ist, ungestutzt. Das ist der Beaver. Und hier haben wir es entsprechend mit sehr, sehr, sehr vielen Beaverwitzen zu tun. Im Deutschen wie im Englischen, ich hab mal da geswitcht, also bietet sich hier an. Ich glaub, ich hab fünf oder sechs Mal, ist es mir aufgefallen, aber es sind wahrscheinlich noch mehr da drin versteckt. Mein Gott. Aber gut. Die Mini-Hoten-Spacknis haben Bock, kommen an, Jane ist pissed, sitzt mit ihrem Ex-Lover auf der Couch, die schweigen sich an und in beiden Zimmern nebenan wird dann erstmal rumgefögelt. Aber wie, das ist so ein richtiger Awkward-Sex-Silence, die dann entstehen. Die beiden sitzen da da, sind offensichtlich beschämt ein bisschen rum und nebendrum macht es immer, ah, ja, ja. Und vor allem der Freund von der Zoe ist richtiger Spack, der, oh mein Gott, ich hab dich überhaupt gar nicht verdient, ah, ich fühl mich wie ein Power Ranger. Da hab ich auch gedacht, oh mein Gott, was für Komplexe musst du haben, um jemandem beim Vögeln sowas ins Ohr zu flüstern. Also Dirty Talk geht irgendwie ein bisschen anders. Aber gut. Dann sind sie halt irgendwann mal fertig mit Vögeln, also alles ausgespritzt. Ja, und dann geht's ins Badezimmer und da treffen sie auf den ersten Biberg. Und diese erste Biberg hat es in sich, denn er will Jen an den Arsch. Er springt sie an aus der Badewanne. Und das Schöne ist an dem Film, hier wurde, es wurden zwar auch CGI-Animationen eingesetzt, gerade was Blut und so angeht, aber die Biber sind tatsächlich Animatronics oder Puppen. Und die fand ich doch sehr cool, also riesige Biberpuppen mit so bläulichten Zombie-Augen, mit so sappernden Mäulern, mit riesen Zähnen, Klauen des Todes. Irgendwie alles zerfallen und zerfleischt. Also die sehen schon sehr geil aus, auch wenn die natürlich eine sehr eingeschränkte Beweglichkeit haben. Also das sieht eher so aus manchmal, als wären das Handpuppen, die durch die Gegend getragen werden. Aber ich mag das tatsächlich. Also die Biber haben ja auf jeden Fall einen Pluspunkt von mir bekommen. Die waren sehr cool und die waren auch sehr üppig. Also im Film, ich habe nicht durchgezählt, wie viele gleichzeitig zu sehen waren, aber bestimmt mal drei oder vier Stück. Und das ist ja nicht gerade wenig. Also wenn du mal an irgendwelche anderen Filme denkst, was weiß ich, Ghoulis oder so, da hast du manchmal nur ein Monster im Bild, weil halt nicht mehr Budget da war oder so. Aber hier haben sie bei Zombie-Biber echt die Biber auch rausgelassen. Fand ich sehr schön. Ja und dann, da ist natürlich dann auch jede Menge Referenzen an irgendwelche Slasher-Filme, an irgendwelche Creature-Filme. Die kann ich euch jetzt gar nicht alle aufzählen. Da müsst ihr mal selbst reingucken. Also es ist alles irgendwo bekannt. Es ist alles nichts Neues. Und es ist ja auch kein Horrorfilm. Deswegen ist halt Zombie-Biber auch in keiner Sekunde wirklich gruselig. Aber was da dafür ist, ist brutal. Und das ist das Schöne, weil es halt auch ordentlich mal auf die Fresse gibt. Da werden dann Gedärme und Gesichter zerfressen und sogar Pimmel abgefressen. Also ganz nice gemacht und vor allem auch schön mit irgendwelchen Prostatics oder so, die dann vorne rumbaumeln und dann hängt da so ein Bibergesicht dran und knackt deine Nüsse weg. Und spuckt sie auf den Boden und denkt so, hätte ich lieber mal die Buchen an die Richte geknabbert, aber nee, gut. Du machst ja nichts anderes. Du bist ein Zombie-Biber. Du hast ja keine Wahl. Und Gehirn findest du da sowieso nicht bei der Pappnasentruppe da. Von daher musst du dich mit Hoden begnügen. Aber wer keine Hoden hat, ist definitiv die Freundesgruppe. Ich hab's ja gesagt Mini-Hoden. Aber sie kommen dann auf so glorreiche Ideen. Hey, wow, wir dürfen uns nicht trennen. Wir müssen eine Sicherheitsorgie starten. Ja, genau. Hilft definitiv, in so einer Situation rumzufögeln. Und dann gehen sie aber, weil sie dem Ganzen, ja, nichts abgewinnen. Und so, oh, ja, Jen, du hast ja nur rumfantasiert. Dann gehen sie schwimmen, aber Jen halt nicht. Und dann kommt dann natürlich die große Biber-Attacke. Hey, ich den Tag, auf dem See, auf dieser Holzplattform. Ja. Und da geht auch mal ein Fuß flöten und alles Mögliche. Ein armes, kleines Hundilein wird geopfert. Und da hab ich mir gedacht, nein, wie könnt ihr nur? Ich hab eigentlich gehofft, dass der Hund am Ende nochmal wieder zurückkommt. Aber er tut es nicht. Sad. Ripp. Naja, gut. Aber ab da geht dann die Biber-Action halt richtig los. Und vor allem kommen dann so geile Sachen wie, dass sie halt die Hütte vernageln. Mit, ja, nicht mit Eisenträgern, richtig mit Holzbrettern. Und dann irgendwann kommt dann die Mary oder was an und sagt, sag mal, bist du bescheuert? Warum verriegelst du ja alles mit Holzbrettern? Du weißt schon, dass der einzige Lebenszweck von Bibern es ist, Holz zu nagen. Und der Typ so, ja, was soll ich machen? Ich hab ja halt nur Holz. Soll ich es irgendwie mit Blech zuschlagen oder was? Haben wir ja nicht. Wir sind ja irgendwo im Nirgendwo. Hier gibt's halt nur Holz. Pustekuchen. Ja. Und ab dann verbarrikadieren sie sich halt in der Hütte. Und dann beginnt da entsprechend die Invasion und die Biber kommen von überall. Und natürlich ist das Telefon zertrennt, darf man nicht vergessen. Weil die haben ja sowieso schon kein Handynetz und das einzige Festnetz im Wald ist dann auch tot. Und die Nachbarn werden auch alle massakriert. Und dann kommt tatsächlich, den hatte ich vergessen, aber in der Inhaltsangabe wurde es ja schon genannt, dass es in dem Film Biber-Mensch-Hybriden gibt. Die hab ich tatsächlich total vergessen, bin ich ehrlich. Da hab ich gedacht so, Moment, wie war denn das dann mit den Bibern? Aber, wer gebissen wird, verwandelt sich natürlich auch. Ja klar, hast du ja auch so. Und die verwandeln sich ja nicht einfach nur in Zombies, sondern in Zombieber-Menschen. Und die sehen tatsächlich sehr, sehr witzig aus mit so langen Fingernägeln. Und dann so diese Kauleiste, die sieht ja geil aus. So ein richtiges Bibergebiss. Von daher ist dann halt nicht mehr viel mit rumknutschen oder so. Auch wenn das dann die Nachbarn irgendwie sagen. Da gibt's dieses ältere Vermieterpaar, die dann so Geräusche hören. Ja, hast du das nicht auch gehört? Da hinten das Schreie und sowas. Ach, das sind nur die jungen Leute, die knutschen gerade zu Lady Gaga. Ja gut, zehn Minuten später ist er tot. Verdient. Naja. Auf jeden Fall geht's dann da munter drüber und drunter. Und es gibt dann auch jeden... Also gerade Rex Lynn hat mir sehr gut gefallen, weil er diesen Arschlochjäger gibt. Der während er mit Zoe das Haus von der Vermieterin besucht, die halt total zerschnetzelt in ihrem Bett liegt. Und der Mann ist auch hinüber. Und sie hat die ganze Zeit den Fuß von ihrem Freund dabei. So in der Hoffnung, boah, den müssen wir kühlen. Den können wir wieder annähen. Und er kommt dann so aus der Küche mit so einem Hühnerbein. Und da oben ist alles Matsch und Metzl und bla bla bla. Hier bist du Hähnchen. Also Rex Lynn ist hier tatsächlich so ein kleiner Scherzbold, muss ich schon sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Aber was natürlich den Film grandios, wirklich grandios beendet nach dem Grand Final, sind die Credits. Und ja, ich meine, wenn man jetzt sagt, man freut sich auf die Credits, das heißt, spricht jetzt nicht unbedingt für den Film. Aber, aber, wir haben hier einen verdammt geilen Creditsong gesungen von Nick Amado, der hier die Tom Beavers, Tom Beavers, einen singt. Wir haben hier extra ein fucking Lied über diesen Film geschrieben und aufgenommen. Und das ist da so ein bisschen im Sinatra-Style. Ey, das klingt so ein geiles Lied. Ich glaube, das Lied ist auch das bekannteste am Film. Ich glaube, das hat auf jeden Fall schon überall irgendwo mal die Runde gemacht. Von daher, allein für die Credits heißt, sitzen bleiben und auch durchgucken. Es gibt nämlich eine After-Credits-Scene. Oh, ja, wer weiß, was da noch kommt. Also, sagen wir mal so, es gab, seit 2014 hat sich da nichts mehr getan. Es gab keine Fortsetzung, keinen Spin-Off, was auch immer. Es war wahrscheinlich so eine Eintagsfliege, wo Jordan Rubin gesagt hat, Joa, haben wir mal ein bisschen Spaß. Und genauso lässt sich der Film halt auch zusammenfassen. Es ist halt einfach so ein kleiner Spoof-Film, der jetzt nicht besonders raussticht, aber der trotzdem nicht langweilig ist. Also, man hat schon Spaß daran, die Charaktere zu hassen vor allem. Aber man hat auch Spaß dran, wenn dann die fiesen Nager dann mal zum Einsatz kommen. Er ist nicht gruselig, dafür ist ordentlich Gore mit dabei. Also, es gibt ein paar schöne Effekte, ein paar schöne Metzl-Geschichten. Vor allem, es gibt auch einen zerteilten Biber, der auf so einer Küchenanrichte rumkriecht. Das ist meine Highlight-Szene aus dem Film, tatsächlich neben der Pimmelszene. Aber wir haben es ja halt mit einem 75-minütigen Muschi-Witz eigentlich zu tun. Kommt mir nicht drum um. Sorry an der Stelle, aber nee, der Biber ist everywhere. Und am Ende kriegen wir geile Credits. Und es ist tatsächlich so ein kleiner Film für zwischendurch. Das ist wieder so ein Klassiker, von wegen, kannst du einlegen, kannst mit Freunden gucken, kannst ein Bierchen zischen und dann jettet dir gut, ne? Und danach lachen alle über Muschi-Witze. Ich hab keine Ahnung. Oder vielleicht übernehmt ihr dann den Slang und schreit jeden an mit, Was geht ab, Bitches? Ich weiß ja nicht, was ihr macht. Auf jeden Fall, macht bitte, nein, macht keine Sicherheits-Orgie. Das ist Bullshit. Nein, das funktioniert nicht, zumal Orgie sowieso nicht funktioniert. Aber nein, tut es nicht. Schwellt lieber in der awkward Sex-Silence, während eure dummen besten Freunde nebenan poppen. Aber ihr wisst, ihr werdet überleben. Vielleicht. Aber Zombieber lässt sich sehr gut überleben. Sogar mit nem Lachen. Trivia. Im Film kommt auch ein Bär vor, der sich im Lauf des Films auch verwandelt. Und der wurde in den Credits genannt mit einem ganz besonderen Cast. Und zwar die Backstreet Boys werden hier genannt. Die haben nämlich den sogenannten Zombie-Bieberbär gespielt. Aber erstens, waren sie es wirklich? Und zweitens, wie viele passen denn überhaupt in so einen Zombie-Bieberbär rein? Wir werden es wohl nie rausfinden. Die Mädels sind natürlich jung und willenlos. Und junge, willenlose Mädels trinken natürlich Bier. Und in der Ameria trinkst du natürlich Leitbier. Und sie trinken hier ein ganz besonderes Leitbier. Nämlich Ipsum Lorem Leitbier. Und die Grafikdesigner unter euch klatschen wahrscheinlich gerade die Hände richtig. Die haben hier einfach einen Nonsens-Platzhalter als Biermarke ausgegeben. Das ist nämlich so dieser typische Platzhalter-Text. Wenn ihr irgendwelche Web-Blogs oder was erstellt. Wo dann alles mögliche im Pseudo-Latein drin steht. Und Ipsum Lorem Leitbier ist hier entsprechend ein sehr präsenter Vertreter während dem Bieberbad. Und Jack Weary hätte eigentlich mal eine ziemlich große Rolle als Jugendlicher spielen sollen. Wer sich nämlich an die Neuverfilmung von Charlie und die Schokoladenfabrik erinnert, erinnert sich bestimmt auch an Augustus Gloop. Das kleine dicke deutsche Kind, das dann zum Fressen da in die Firma kommt. Ja, und Jack Weary, der hier den einen Boyfriend spielt, sollte eigentlich Augustus Gloop spielen. Aber das Problem war, bis zum Casting hat er nicht genug auf die Rippen bekommen. Deswegen war er zu dünn. Und deswegen wurde er für die Rolle leider nicht genommen. So, das war's mit meinen Ausführungen zu Zom Biber. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Habt vielleicht einen neuen Film entdeckt. Hab Zom Biber mal seit langem wieder in Erinnerung gerufen. Den muss ich auch mal wieder gucken. Von daher gern geschehen. Falls euch das gefallen hat, was ich hier tue. Freut euch auf die nächsten zwei Folgen. Die werden auch wieder formidable. Ansonsten lasst gerne Bewertungen auf Spotify, Google Podcasts. Werft was bei Kofi in die Kaffeekasse. Danke nochmal an Holzi fürs Wünschen. Und einen ganz besonderen Gruß, den richte ich an die Jungs von Call of the Sirens. Wer sich erinnert, mit den Jungs hab ich ja mal ein bisschen was zusammen gemacht. Da haben wir ja mal ein Video zusammen gedreht zu der geilen Mucke, die sie aktuell machen. Die haben ja aktuell sehr viel mit Trash-Thematik und Metal zu tun. Was ich sehr cool finde. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben sie mal in einem Interview mit mir gesagt, dass sie Zom Biber so als Bandfilm auch ab und zu mal ganz gern geguckt haben. So zwischendurch, wenn du mal nicht auf den Holzbrettern rumklimpfen willst. Na, also Grüße gehen raus. Wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder. Und falls ihr da draußen mich mal wieder sehen wollt, dann ist es also so in Person, also nicht nur hören, sondern auch wirklich bewegt Bild. Dann gibt es jetzt ein paar Möglichkeiten dazu. Erstens, guckt mal vorbei beim Modul-Pooster. Ich habe ja so einen kleinen Gaming-Kanal. Da werde ich heute, wenn heute Freitag ist, ab 18 Uhr auch einen kleinen Stream machen. Ich will da versuchen, mal demnächst wieder ein bisschen Gaming anzukurbeln. Habe wieder ein bisschen Bock. Ansonsten habe ich jetzt auch am Sonntag, dem 14. bei Filmverrückt, mal wieder einen kleinen Livestream. Aber, aber, für alle Trash-Fans, notiert es euch und schreibt es euch dick und fett in den Kalender. Da am 18. August, das ist ein Donnerstag, steigt wieder mal ein Schund-Sharing. Und zwar mit meinem alten, haudigen Giano von den Zimple-Affen. Und wir wollen uns diesmal, nein, keine Monster-Filme angucken und auch keinen Hongkong-Schmonz, sondern wir schauen was sehr Aktuelles und was sehr Schlechtes, nämlich Devil's Triangle von Asylum. Oh mein Gott, ich habe noch nie einen Asylum-Film besprochen. Jetzt packe ich ihn in Schund-Sharing. Richtig, den gibt es nämlich aktuell bei Prime und der sieht verdammt scheiße aus. Ist mit Fred Williamson irgendwas mit Flugzeugabsturz auf einer Insel und hat es nicht gesehen. Es wird formidabel, also 18. August ab 19 Uhr live auf YouTube-Show-Sharing zusammen mit Giano und mir. So, das war's von mir. Gehabt euch wohl, kommt gut durch die Woche. Nächste Woche soll es ja mal regnen. Ich hoffe, dass es bei euch auch bald mal einen Wetterumschwung gibt, dass die ewige Hitze endlich ein Ende nimmt. Und wenn nicht, bleibt ihr halt einfach im Keller und zieht euch ein Capri nach dem anderen rein. So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Adiositas. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.